Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu Aschers Next Podcast 2015. Bitte begrüßen Sie mit mir unsere Regierung, Herr Professor Andreas Boschel. Herr Professor Adrien Kitz. Jetzt kommen Sie mit mir die Frau Professor, Elegat Timmelberg. Sie sehen, Sie sehen, Sie sehen, Sie sehen, Sie sehen, Sie sehen. Sie sehen, Sie sehen, Sie sehen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.